Ja, Brian Damage mein Name, ich stehe vom K19. Am 5.12. um 18 Uhr findet hier Speakers Corner statt. Ein Gig, ein Hip-Hop-Gig mit sechs fantastischen Acts, danach noch Verbal Essence Freestyle Cypher. Also bewegt euch alle zu diesem Tag hier ins K19 und zelebriert mit uns geilen Rap, Alter, was geht? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin eine Inspiration, die anderen sind Luft. Sie werfen ihren Anker mit Frust, stagnieren ohne Anlass und Grund. Ich seh drin nur Chance, denn ich mache jetzt mit Ansagen Druck. Es findet dich langsam geguckt, all eyes on me, wie oft blamarschenden Clubs. Release die EP und sie fragen nach Schutz, weil sie merken, ich hab immer Panzer noch Schuss. Oh, Brian Damage ist zurück. Erzähl mir bitte nichts vom Wege in einem Innenverschnitt. Ich würde doch niemals sagen, was der Penner von sich kippt, denn ich hab damals aufgepasst im Englisch-Unterricht. Kommt mich formen, doch versetzt mich, als sämt mich in Euphorie, bringt mich zum Lachen. Die eingebildeten Fotokopien. Check sure, die Fasson, son, süssi, denn. C'est l'on des effets, elle est belle, belle, son, des militaires. Und es gab die Fischermä-Düre. Und es gab die Fischermä-Ce-Libere. Mach was du willst, Musik ist geil, wenn sie rundt. In der Takt und die Fachscheine bunts, der wie richtig kickt, genau das ist Rap-Kunst. Mach was du willst, Musik ist geil, wenn sie rundt. In der Takt und die Fachscheine bunts, der wie richtig kickt, genau das ist Rap-Kunst. Rap-Rap-Kunst. Kriegst du die Kick-Shoe oder von Nike die Sneaker? Der eine Fett-Fans, der andere Mikra. Peterliche Fürsorge war einfach nieder. Haukt und verblasst und sie kam nie wieder. Meine Welt ist Katastrophe, jede Strophe. Für die Seele eine Droge, jede Note. Eine Gettung in der Not, denn wir wollen ganz nach oben. Mir wurde so bewusst, ich wär so gerne frei. Ich will sein, auf meinem Wunsch, wird mir besser noch kein Heim. Tut mir leid, aber zu den Stimmen im Hinterkopf, die sagen, André, hilf uns den Bein, auch ein, musst du nicht ganz allein. Ne ganze Zeit hat mir die Muse gefehlt und deshalb bleibt mir nichts mehr aus, für diese Rute zu gehen. Das ist mein Heimweg, das ist mein Einweg. Und ich hab Heimweh, weil ich allein geh. Es hat jahrelang gedauert, Kraft und Energie gefressen. Sich im Albtraum, um uns rum aus seinem Tiefschlaf zu erwecken. Ziemlich ätzend ist, wir fallen danach oft um mit Riesenstecken. Unumgänglich, denk ich, denn nur so können wir uns Ziele stecken. Effektiv sind wir ne Sammlung aus Nachbieter von Defekten. Nehmen uns Raum auf Spielwiesen in unseren Fantasiepalästen. Aus der Scheinwelt hin zu dir, find ich auch so viele Treppen. Lauf, pass auf und find dein Glauben wie ein Katholik im Essen. Das wird kein Ballerientreffen. Scheißegal, jetzt wird mit Freestyle erweitert diese Session. Greif halt hin, nimm dir das Mic mit. Genau uns ist eigentlich nichts peinlich. Denn setz dich zu Hause an einen Schreibtisch. Was, was, das ist ein paar Texte? Und dann kleinlicherweise einfach so hier ins K19 kommen. Da bist du dann den Abend unter Freunden, Honk. Und dann kannst du von mir aus das Mic nehmen. Kassel, in Zukunft werdet ihr es einsehen. Ja! 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 Bravo!